Na, ihr spieltschöntschön? Ei, ei. Gleich gibt es was zu füttern, meine Süßen. Bevor eure Mama reinkommt, die hat auch immer großen Hunger. So, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Mehr gibt es eigentlich noch nicht zu sehen, aber sie werden immer mobiler. Kleinen süßen Zuckerschnecken. Wo bin ich denn noch schon? Ach, sind die süß. Kleinen dicken Moppelchen, ha? So, schönen Rücken, kann auch entzücken. Macht's gut, meine Lieben. Tschüssi.